So und dann macht hallo und herzlich willkommen zur vierten, aber eigentlich fünften Multiplayer- oder Ansichtfolge von Hot Wheels. Denn wir haben die vierte Folge schon vorhin aufgenommen, aber das Problem war, die Aufnahme war leider völlig im Arsch. Erstmal, der Ton war im Arsch, das Bild hat komplett geruggelt, das ist komplett hinüber eigentlich. Auch die Folge ist auch komischerweise so nur 18 Minuten lang, obwohl wir ca. eine halbe Stunde aufgenommen haben. Also da war eine Menge Fehler dabei, deswegen die Aufnahme kann ich jetzt aktuell nicht retten. Deswegen müssen wir jetzt quasi weitermachen, obwohl wir jetzt schon einige Sachen verändert haben. In der letzten Folge sind wir gefahren den scheunen Pfund, den Ford Deluxe Coupé. Achso, der Michi ist halt dabei, habe ich vergessen zu sagen. Ja und zwar sind wir auch letzte Folge drei Rennen gefahren, glaube ich, oder zwei. Und zwar, welche Rennen weiß ich aktuell gar nicht, haben noch ein paar PS-Sans gemacht und haben jetzt mittlerweile 31 Sterne. Ich glaube, haben jetzt auch mittlerweile 1 Rennen freigeschalten. Oder an sich S1 PR-Sans oder S1 an sich alles, die liegenden Sachen. Heute geht es hier mit dem Toyota Helux weiter, den wir beide fahren, auf A-Klasse aufgebaut. Denn uns fehlen noch hier drei A-Rennen, die wir machen. Und das erste ist hier vorne, deswegen mache ich das mal direkt. Aber das ist die H2P fahren. Ich habe ja so ein komisches, wie kann man das nennen, Schnee-Tarn, so ein digitales Tarn-Design, so Schnee. Der Michi hat auch ein schönes Design. So, die japanische Richtung, so schön blau, finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Das ist hier gerade ziemlich dunkel. Aber es tut mir wirklich leid, aber ich kann aktuell an Aufnahme, weil ich kann da erstmal... Es ist vielleicht rettbar, ich weiß aber nicht, wie es geht. Aber wenn du willst, am liebsten schwerer und das schaffe ich erstmal nicht. Deswegen gibt es leider hier... Da geht es heute nur so weiter. Die letzte Folge war ziemlich lustig eigentlich. Ich hätte sehr viel Spaß, ich habe mich ja, aber... Geht nicht anders. So, ich würde sagen, ich ändere jetzt mal ein paar Sachen. Ich kann mal... Ach cool. Warte, ich stelle mal ein, dass wir Wellen machen, als Stand 1. Und Stand 2, eine Spirale. Machen wir so? Machen wir so. Aber bei den... Kann ich irgendwie andere Autos zulassen? Ich würde das für gut halten. Kamerautor wechseln, ich würde gerne... Machen das jetzt nur, weil es sich irgendwie Trucks mitfahren können oder so. Wollen wir so einstellen? Ich glaube nicht. Ich mache mal so. Und hoffentlich ist diese Folge von der Qualität ja wieder in Ordnung. Also der Michi, also den hört man an dem Video gar nicht, habe ich vergessen zu sagen. Ich nehme jetzt hier alleine auf, der Michi, der fährt zwar mit hier. Wir sind im Koop. Habe ich noch vergessen zu sagen, aber... Weil jetzt habe ich quasi die Einschränkung von einer Letzte-Aufnahme. Deswegen sollte die Qualität eigentlich normal sein. Also ich würde mich, wir sind gerade in der Party in der Xbox. Aber ihr hört ihn halt nicht. Das ist erstmal sicherer. Weil ich will nicht, dass auch eine Folge irgendwie schadhaft ist oder fehlerhaft. Okay, nämlich jetzt ein Wagen nicht gefunden. Hast du aber trotzdem ein A-Klasse-Auto? Ich glaube schon, ne? Wie er trotzdem ein A-Klasse-Auto hat das Flägen, passt das? Also ich habe mich hier, weil wir in der Party sind, aber ihr nicht. Ist das mal sicherer, aber ich denke an der nächsten Folge wird es wieder normal... ...normaler Korb geben. Weder mit Kai oder mit Michi oder beiden oder anderen Gästen. Ich weiß nicht, aber ich denke mal mit Kai. Was fährt denn ein schönes? Okay, er fährt. Ach, seine A-Klasse. Na, Mensch. So, mal gucken, ob wir diese Folge die 40 Sterne schaffen. Für die nächste Runde. So. Ach, du Scheiße. Leute. Alles da? Jetzt glaube ich, ich habe ein kleines Problem gehabt. Nein, ist halt so. Die Wellen sind nicht so schlimm, finde ich. Das geht mit dem Wagen noch. Auch so ein bisschen... Okay. Leut. Das war nicht so gut. Objektiv das Rennen, das kann ich wirklich noch gewinnen. Oder auch Michi. Das kann ich nur ich sein. Ey. Hallo. Nochmal. Ja. So. Ich habe jetzt gerade 8er. Ich 4er. Aua. Was? Hallo. Nicht Rammen. Das ist nicht gesund. Alles klar. Okay, der KI ist ein wenig... Das hieb. Ich mag wohl so Toyota, nicht vielleicht? Ach, du Scheiße, Alter. Okay, Bremsen sind geil. Oh, wieder 5, da habe ich hier nicht. 6er. Aber... Ich bin ein bisschen aufgeholt. Schön. Oh, oh, oh. Nee, das war nicht gut. Eine Pirouette. Da war ich eventuell ein wenig weit rechts. Oh, Gott. Oh, ja. Das ist ein dummer Fehler von mir. Voll vergeschaltet. Okay. Das war voller Absicht. Oh, Gott. Ich weiß nicht, was ich dafür machen musste. Das ist mir auch gerade ziemlich egal. Ja, ja, ich habe das. Alter, mit dem Truck hier 300 kmh. Ach, du Scheiße. Scheiße. Das war alles so. Eine Abkürzung. Okay. Ich habe mich in einer Abkürzung gefunden. Okay. Aber 235 da. Die macht gewonnen. Geht mir mich hier lacht gerade richtig laut. Ach so. Naja. Es war eine ordentliche IP-Fündig. 19.000. Kann man machen. Und gibt es drei Sterne oder drei Dinger oder zwei. Da gibt es nur zwei. Immerhin. Wenn ich hätte hier eher noch alle Medaillen gewinnen, irgendwann. Das wird auch soweit kommen. Naja. Hier ist noch ein Gefahrenstil direkt um die Ecke quasi. Obwohl nicht um die Ecke, aber... What the fuck. Okay, machen wir einfach mal. In 400 Metern Flicks abbiegen. Ja, moin. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, Drift. Oh Gott, Kai. Da kann ich jetzt nicht viel für. Ich sage, man trifft Zone. Nice. Ich hätte den richtigen Wagen für. Scharf links abbiegen. Zack. Nicht mal 10.000 Punkte. Rechte ich nicht für eine Medaille, aber komm. Zack, cool aus. Ich finde mal wirklich die Driftzone hier wirklich schön platziert. Also sind schöne Schreckenabschnitte. Vielleicht für mich hier nicht so ganz. Alter, der drifte das nicht so gerne. Also nicht ganz. Okay. Das ist ein Gefahrenschild. What the fuck. Wie ich da geflogen bin, Alter. Voll geil. Das war doch nicht mal eine... Das war nicht mal eine Medaille. Als ob... Das war sogar... Das war auch vielleicht die falsche Seite. Das kann sein. Deswegen fahre ich noch mal kurz hier lang. Ich drehe mich noch um. So. Drehe mich noch um. Das Gefahrenschild. Wow. Das ist ein Gefahrenschild. Das ist ein Gefahrenschild. Bis hier lang. Ja. Ja. Ist doch ein bisschen weiter. 202,91 Meter. Nice. Ach, du bist doch direkt hier. Wie viel waren das eigentlich? Zwei, glaube ich, ne? Oder eins? Zwei. Na ja, mal hin. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal unser nächstes Rennen hier. Das ist hier irgendwo... Das ist hier unten. Das heißt... Wolkenkratzerstürmer. Klingt interessant. Fahren wir in... Ach komm, ja. Ist echt nicht so weit. Wenn die Wege sind hier so kurz, da kann man doch ruhig gerne mal hinfahren. Das dauert ja nicht lang. Da kommst du mit. Sehr gut. Schön Mercedes. Richtig ein geiles Auto. So, Achtung, drei Watter. Soll ich wieder umdrehen? Oh, oi, 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 oi. Wieder die Driftzone hier. Hab ich ja den richtigen Wagen für, muss ich sagen. Also ich hab nur Punkte und du? Er hat auch nur Punkte, gut. Oh. So, da geht's wieder kopfüber. Oh Gott. Wow, wow. Alter. Okay. Ich mach mal kurz den Clip hier auf Xbox. So. Ach du Scheiße, was ist da dann passiert? Ich seh's aber gerade schon. Okay. Das ist echt nicht ziemlich... Ich bin über den Wagen drüber gejumpt. Das sah aber cool aus. Aber das ist das Weißen ist kein gutes Zeichen. Wenn ich fliege. Natürlich. Und den ganzen, wenn ich... ...wenn ich auch immer... ...wenn ich gegen die Bandefahrer... ...wie... ...mich drehe als alles geplant. Von vorn hab ich alles auf die Sekunde genau... ...auf die Millisekunde genau... ...schon vorher... ...ääh... ...im Drehbuch durchgehabt. jetzt gleich werde ich hier wieder gegen die wandel gegen fahren das war jetzt guck hier machen dürfen und zwar für drei sterne also in der rundenzeit unter eine minute 52 vielleicht machbar naja mit der wagen vielleicht mit meinem er nicht so ist ja keine rakete ja gut das kann in der party seiner sich komisch anhörer aber in aufnahme eigentlich normal ist vielleicht komisch für die zuschauer wenn wir jetzt nicht hören aber dich nicht ich habe sie mit ihr rede lag komisch sein aber es ist nur diese folge so dass mich wir sind doch zwei durchgeknallte typen wirklich also alle angeschoben von einem jahr wo das machst du dann was machst du da ja oh gott recht ich bin fast ich will fast die mitte gegen gefahren da richtig oder war ist das doch schon da ja dann erst da was gut eigentlich wir haben auf jeden fall mehr punkte als das team gewaltter viel mehr aber das kann sich doch alles ändern dass die erste runde oder wir sind noch in der ersten runde aber ein wagen ist nicht so schnell ich bin ja dort überholt alter der sprung ist ja machen wo ich jetzt sprung gerade so geschaffen ich bin fast voll kann dagegen die sauber geflogen gegen den anfang davon und ich habe mich gedreht ok ich mache abgang brennen brennen alter what the Ah, ich seh's schon. Alles klar. Ich bin uns dagegen gefahren, aber naja. Ich gucke es nicht mega gut genommen. Die Rundenzeit unter 1,52, war knapp, 2 Minuten 19. Aber es ist vielleicht ohne Fehler machbar. Aber ich verlieg's. War aber wieder knapp, ey. Eine schöne Straße hier. Oh Gott. Hier hat er mir 1,40. Oder... Wacken 1,40? Da werde ich nicht sagen. Da wagen wir uns, würde ich mal behaupten, nicht ganz so schnell. Oh Gott. Kurve gekonnt kann auch, wie man sieht. Doch Turbo, komm. Wacken ist ziemlich langsam. Also aus eigener Kraft ist es 200 km schon eine Meisterleistung. Dauert schon Ewigkeiten. Ey. Überholt er mich einfach. Und... Boah, Alter. Ich schaffe den Sprung wirklich nur mega knapp, den riesigen. Wieder mega schnell, ey. So, okay. Blubing wunderbar fahren. Ein neunter? Der Fall überholen. Sagt. Ja, 1,56 schon mal nicht schlecht, aber... Ist doch nicht das, was ich wollte. Aber diese Runde ist ja noch. Also ich... Es ist mit dem Waren und dem Tuning, glaube ich, auch möglich. So ist es nicht. Aber alles andere... Alles andere als einfach. Okay. Da ist ja eine Affenache grad voll durch die Mitte gefahren. Oder gegen die Mitte. Kann sich auch nicht entscheiden. Links, rechts, bitte. Tod. So, aber bitte halt seine Position, okay. Aber da verbessert ihn noch. Was? Der dreht mitten auf der Strecke, der Idiot! Wollt ihr mich verarschen? Wieso dreht der da um? Wo will der hin? Was wollte der da? 8 bis 5, dann haben wir 1. Ich 6 da. Ich hab's gesehen, was der da macht. So ein richtiger Idiot. Okay. Was sollten wir eigentlich schaffen, das zu gewinnen, das Rennen? Denk ich mal schon. Ah, noch eine überholt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Bitte, bitte, bitte. Ach, schade. Aber recht trotzdem... Hat er gereicht. Haben wir jetzt 2 oder 3 Stellen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das reicht nicht für die Runden Zeit. Bei der war, glaube ich, nicht so gut. Mal gucken. Wenn ich ja gleich sehen. Der 25.000 EP läuft. Zack, zack. Ja, genau. 2 Sterne. Sagen, ein PS-Stunt oder so geht noch. Aber an sich haben wir jetzt ja alle A-Klassenrennen fertig, oder? Bin ich jetzt nicht ganz so gut? Oder sind alle zumindest einmal gefahren? Ich gucke mal. Ah, die oben fehlt noch eins. Da habe ich mich jetzt aber hinterleportiert. Wenn die Folge nicht ganz so lang wird. Das müsste aber eigentlich letzte A-Sache sein. Also das letzte Rennen auf A-Klasse. Dann müsste er eigentlich schon als eins kommen. Ich komme noch mal kurz auf die Karte, aber... Ja. Das ist das Letzte Rennen eigentlich. Genau. Radsturz-Rambos. So, die A-Klasse mit Loopings. Interessant. Lass ich einfach mal so. So. Diese Internet-Rambos in Forza. In der Online-Lobby. Die beim Drag Race-Ram. Das ist das richtige Rambos. Hm. Ja. Oder gar nicht erst. Oder nur privat mit anderen Leuten. Also mit Freunden. Mir auch. Ja, das... Aber nicht mit... Drennen gegen eine Wand fahren. Geradeaus. Das ist nicht verbremsen oder... Äh... Wie das... Das... Also die wirklich. Das... Jetzt wird nicht mal 10 da, du Achter. Weiß ich nicht. So. Der Toyota, der fährt sich wirklich mir ja gut. Ist auch schon richtig gut für Offroad. Also jetzt bei Hot Wheels, da reicht er nicht viel, ne? Also noch das. Oh ja, Sonja ruhig machen. Oh Gott, oh Gott, Alter. Ey, ey, was? Alter. Nämlich volle Kanne gerammt. Komm, die Klasse, oder? Der Sprung, Alter. Oh, wie die alle... Das ist schon verkacken. Richtig geil. Ich bin dritter, Alter, was da los? Also noch. Also noch, ne? Also ich hätte ja... Ich müsste irgendwie mich breit machen, dass ich nicht überholen können. Okay, ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Hab schon gut zwei... Oh Gott, drittel des Rends rum. Und da war die Miserie. Der wieder meinte, aufbuchen zu müssen. So, ja. Ist aber tausend... Du musst noch einen Platz gut machen, Lichy, ne? Ich darf keinen verlieren. Das reicht nicht. Äh... Äh... Ey! Auch Glück gehabt, Alter. Und, Michi? Schaffst du's noch, oder nicht? Aber leider nicht ganz gereicht. Ich auch nicht gerade noch so, Alter. Wir waren am Looping gewandert, was ich... Im Abstand von 0,80 einer Sekunde... Und fügt man nach fünf Leute oder so. Also wir waren richtig nah beieinander. Wir sind übertrieben, aber wir waren echt nah beieinander. Und noch gerade so dritten Platz halten können. Knapp verloren. Knapp verloren, 50 Punkten. Naja, aber... Knapp daneben ist auch vorbei. Und deswegen auch nur ein Stern. Oder eine Medaille. Ich hab noch zwei für die... Ist das ein Hupe, was du da bekommst? Ich weiß gar nicht. Ich glaub schon, da war es ein Hupe-Symbol. Also wird es irgendwann ein Hupe geben. So, wo bist du, Michi? Was brauchst du? Ich bin ja bei so einem Blauen Looping. Achso, er macht noch. Dann gehe ich schon mal in die... Ach, du vorn bist du? Genau, da ist er. Ja, war eine schöne Folge wieder. Also wieder mal natürlich Dank an Michi fürs Mitmachen. Ja, ich mein, das ist leider jetzt... Die andere Folge ist zwar verloren gewesen, aber trotzdem... War es da gegenüber für euch doch nur noch ganz in Ordnung. Ich mein, ich kann es auch nicht ändern. Ich finde natürlich alles scheiße, dass die Folge nicht da ist. Das war knapp 10 Euro. Hast du Glück gehabt? Ziemlich eingefahren ist. Oh, naja, geht auch nicht. Dann bleiben wir uns gleich fürs Zuschauen. Und sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Wir werden natürlich wieder einen neuen Auto. Was das 1-mäßige ist? Mal gucken. Wahrscheinlich wieder mit Kai oder mit Michi. Mal gucken, werden wir sehen. Nachdem wir Lust haben. Dann würden wir sagen, ciao! Tschau! 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 Tschau!